Halli, hallo, hallö schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt und zwar Battleborn. Ich zöcke das Ganze auf der PS4. Ja, das wird jetzt sozusagen mein offizielles Angezockt für dieses Spiel. Ich wollte es ja im Livestream machen am Releasetag, aber leider ging der Livestream komplett nach hinten los. Dort habe ich jetzt schon den Prolog gezockt, also es ist nicht ganz blind, dass ich dieses Spiel hier zocke. Ich habe da also schon mal ein bisschen gezockt und ja, was ist Battleborn? Battleborn, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, von den Entwicklern Gearbox Software in Zusammenarbeit mit 2K. Was kommt dabei raus? Natürlich Borderlands oder Borderlands 2 und ja, so baut sich das Spiel hier auch auf. Also zumindest sieht es grafisch auch so aus, self-shading look, verrückt halt, coole Sprüche und ja, das Ganze ist eigentlich ein Multiplayer-Shooter. Also man sollte das Spiel schon im Multiplayer-Koop zocken, aber ich habe jetzt leider keinen dabei, also müssen wir das alleine zocken. Aber ich will euch ja das Spiel bloß mal vorstellen, weil das ist wirklich so, dass man, wenn man die Story zum Beispiel zockt alleine, die wird so verdammt schwer dann, dass man das eigentlich ohne Partner überhaupt nicht schafft. Ja, Battleborn, sehr cooles Spiel. Ich habe, wie gesagt, schon den Prolog gezockt, wo ich das im Livestream machen wollte und deswegen, ja. Ja, okay, also man kann gegeneinander antreten, ich glaube bis zu, ja steht, hole alle 5, ne, keine Ahnung, ich glaube bis zu 5 oder 7 Leute, die da zocken können in einem Team gegeneinander oder 5 Leute. Ja, kann man gegeneinander spielen, das habe ich noch nicht probiert. Und wir haben hier eine Story, die kann man dann halt eben öffentlich spielen oder privat spielen. Wir zocken das Ganze jetzt privat. Genau. Auf jeden Fall ist das Ganze ganz cool aufgemacht. Das ist ja auch immer, ich hatte ja jetzt hier beim Angezockt natürlich wieder Zwischensequenzen und sowas rausschneiden und das ist euch nicht Spoiler oder so. Aber auf jeden Fall sind die Zwischensequenzen wie ein Comic aufgebaut, wie so ein Trickfilm gemacht, also nicht jetzt wie hier Zellshading-Look das Spiel, sondern wirklich wie ein Trickfilm und so. Das ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Und auch mit einer richtig guten Mucke hinterlegt. Ähm, ja, wie gesagt, man kann das alles zusammenspielen und das Ganze baut sich wie eine Serie auf. Und in den einzelnen Staffeln sozusagen. Ähm, ja, also jedes Level, jede Episode hat, äh, ich glaube, Acht, voll, acht Folgen oder so. Wenn ich mich jetzt nicht hier, ähm, Genau, ne, hat acht Episoden das Ganze. Und jede, jede, äh, jede Episode hat, ähm, hat seinen eigenen Abschluss. Also das heißt, man kann eine Episode zocken, die hat ihre eigene Story und hat dann auch ihren Abschluss dann am Schluss. Und Episode 2 geht wieder eine ganz andere Geschichte los. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Ich habe mich jetzt ein bisschen verquadert mit den acht Episoden. Ich weiß, also man hat hier acht Episoden. Und die sind halt aufgebaut wie eine Serie, so eine kleine. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Äh, wir können uns jetzt hier dann, äh, ja, Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, wie es ist, deswegen mache ich normal. Hardcore aus, natürlich. Äh, einmalige Charakter. Das ist dann, wenn man einen Kuop zockt oder so. Ähm, dann kann man einstellen, dass nicht jeder, ne, den Charakter nehmen kann, den du hast. Also das wäre ja sonst blöd, wenn zweimal zum Beispiel die Tussi hier rumrennt. Und ja. So, dann kommen wir zur nächsten Mission starten. Jetzt gibt es einen kleinen Ladescreen. Der Algorithmus Episode 1. Server bereit in 25 Sekunden. Ja, super. So, und jetzt sind wir hier schon mit der Charakterauswahl. Wie ihr seht, hat man einiges an Charakter, die zum Ausbilden haben. Alle andere Eigenschaften, alle andere, äh, 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 Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter und so fort. Äh, man schaltet die so Episoden frei, dass man irgendwelche bestimmten Sachen in Episoden macht. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier, also wie ich, wie ich gelesen habe, dass man, äh, nicht jetzt irgendwie, äh, einfach ein Dings durchzockt und dann, sondern man muss schon bestimmte Sachen machen, um die Charaktere freizuschalten. Äh, was, wie es funktioniert jetzt, keine Ahnung. Hier sieht man das mal, also Oscar und Mike hatte ich in der Beta gezockt, den fand ich jetzt nicht so berauschend. Ähm, ich muss schauen, ja, Pfeil und Bogen, das ist schon ganz cool. Ja, den hab ich schon mal geguckt, das ist halt dieser, ja, ich probier mal. Was mich jetzt wirklich mal reizt, ich probier mal diesen Wrath, weil der mit seinen Schwertern und sowas, das ist schon cool. Oder den haben wir ja noch, den Riese hier mit dem Minigun, dieser komische, äh, Pilz. Ich nenn's mal Pilz. Und dann der hier mit seiner, was weiß ich für ne Waffe. Also wir nehmen mal diesen Wrath und mal schauen, wie da so wird. Obwohl mich, obwohl mich die Pfeil und Bogen, tu sie auch. Na, Charakter bestätigen, komm, wir probieren. Ja, genau. Schneid ihr doch einfach mal die Zunge am Schwert auf. So was macht man aber nicht, das kriegt man eigentlich schon ins Kinderbett gelegt. Und immer beim Abendbrot oder beim Frühstück kriegt man gesagt, messt doch das lecker. Der leckt doch das Messer nicht ab. Meine Sensoren orten den Magnus irgendwo in dieser Bergbau-Kolonie. Bewegung, findet Isaac. So, und wie gesagt, man hat dann eben verschiedene Fähigkeiten. Und zwar baut man die dann einfach auf, dass man, wie gesagt, das ist jetzt PS4. Wenn man ja auf dem Digi-Pad links nach oben drückt. Und dann kann man sich hier seine, seine Fähigkeiten, hat mal Attentäter, Brems, was? Bremsenderschlag. Kreuzklinge, verlangsamt Gegner bei Kontakt. Wellenschmetter, die Schockwelle von, hast du kurz verteilt, jedoch. Sehe ich nach links und rechts, so machen wir mal das, das klingt doch gut. So, wir haben R2, ist schlagen. Oh, cool. Dann haben wir hier greifen, schlagen, keine Ahnung, mit R2. Und L1 und so sind, L1 und R1 sind halt die Spezialattacken. Sehe ich doch auch links unten in der Ecke. Wenn ich jetzt L1 drücke, macht doch diesen. Wenn ich R1 drücke, macht doch diesen. Ach, was ist das denn cooles? Ah, cool, okay. Gut. Ja, das Ganze baut sich auf, man läuft halt durch einen Levelstrang, kann man schon sagen. Es ist nicht viel, es ist nicht viel Freiheit, das ist nun mal so. Das ist nun mal, äh, braucht man hier bei dem Spiel auch nicht. Also es ist jetzt nicht so ein riesen Open-World-Spiel. Sondern man läuft doch geradlinig durch ein Level durch. Es gibt hier so ein bisschen, wo man hingehen kann, klar. Weil man muss auch so Splitter und sowas einsammeln und Items einsammeln. Logischerweise hier zum Beispiel, jetzt haben wir die Kisten. Jetzt haben wir die Kisten. Okay, das kriegen Vorführeffekt natürlich. Okay, hier gibt es wahrscheinlich nichts. Und ja, das kennt ihr, glaube ich, auch von der Beta her, dieses, ja, das ist das Level von der Beta. Und ich muss sagen, dieses Sales-Shading-Look gefällt mir immer wieder gut. Also da könnte ich ruhig mehr Spiele haben. Was ich bei dem Sales-Shading-Look eben auch geil finde. Gerade wenn man PC-Spiele zockt und sowas. Das ist, diese Sales-Shading-Spiele, die können richtig gut aussehen und beißen einfach nicht so die Performance weg. Das ist eben das Geile an dem Sales-Shading-Look. Der kann sehr detailreich sein und es, äh, fordert nicht so sehr euren PC oder so. Und ja, geht's mal hier los? Ich weiß es nicht. Normalerweise fängt man ja. Normalerweise fängt man. Ach, da oben ist ein Scharfschützer. Okay, cool, 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 cool. Boah. Also man kann auch sagen, das ist aufgebaut, ja, wie Wellen. Also man, das ist eigentlich wie bei jedem anderen Kapitel, auch bei jedem anderen Ballerspiel auch. Man läuft halt lang und dann kommt irgendwie eine Welle und dann kommt man, wie in anderen Computerspielen auch. Ich finde, ähm, das ist so ein Kritikpunkt, den mir einige persönlich sagen bei dem Spiel, den ich gar nicht so schlimm finde. Weil eigentlich ist es bei solchen Spielen immer einfach so. Dass man eben durch Level läuft und dann, ähm, und dann eben auf Gegner trifft und diese besiegt und dann eben weiterläuft. Das ist halt normal bei den Spielen, wenn man das jetzt auf das, ja. Auf jeden Fall saucool der Typ. Ich renne hier die ganze Zeit rum, aber ich brauche überhaupt keine Special Attacks. Guck mal, hier hat man dann diese Buttons oder diese, diese, was weiß ich, diese Kugeln. Credits kriegt man hier. Ein Überschild. Und Punkte, das sind irgendwie so Special Sachen, keine Ahnung. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich finde diesen Look einfach so geil. Na, ich muss halt jetzt Nahkampf immer rangehen, das ist irgendwie ein bisschen... Na, weiß nicht. Na, was haben wir hier? Pats. Ja, da kommt der Rest. Aber wir haben Level 2 verfügbar, sehe ich gerade. Bin irgendwie total verstrahlt. Na, super. Jetzt habe ich das wieder sonst wohingemacht. Alter. Also Nahkampf ist schon echt heftig bei solchen Spielen. Höhe, Höhe, Höhe. Alter, ich brauche Energie. Hier, mach auf. Öffnen. Punkte, Credits, Tempo. Klasse. Hier, mach auf. Punkte, Bereits und Besitz. Aha. Gesundheit, na, hier, ist doch toll. Alter. Aha. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. So, guck. Und der noch. Was haben wir denn hier? Überschild, extra leben, Punkte. Super. Das gefällt mir. Aber das hat man, glaube ich, alles bloß eine bestimmte Zeit, ne? Überschild, Punkte, Punkte. Super. Nehmen wir alles mit. Ja, guck mal, Hallöchen, Hallöchen. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind jetzt schon zwei Level aufgestiegen und ich habe noch nichts gemacht. Wir gucken mal. Ähm, Schildsauger. Kreuzkling, feindliche Schilde, besteht die Gliederkratz, Rath, Silten, Schaden, Schaden, Ha, ha. Schild-Generation. Schild-Regeneration. Zorn des Echo. Ne, Zorn des Echo. Mein Gott, was lese ich denn heute? Ich muss sagen, es ist ein Tag nach Männertag, ne? Also, so ein kleines bisschen bin ich noch angeschlagen. Wenn eine Kreuzklinge zerstört wird, erscheint eine neue Kreuzklinge und bewegt sich auf Rust zu und fügt Gegnern drei halbe Schaden zu. Äh. Klingt gut. Achso, wir können ja noch weitermachen. Dreh zum Sieg. Das ist die Nachentrehung des Rust. Primärer Nachkampf. Aha, Terror von oben. Lässt Rust Doppelsprünge machen. Das klingt gut, aber... Ich nehm das. So. Okay. Hier gibt's dieses Splitter. Ich glaube, wenn ich... Ich... Ja, mit den Splittern, das muss ich nochmal... Das hab ich noch nicht so ganz... Ich glaub, das sind... Äh, ich glaub, hier die Währung oder so. Ich muss... Wir müssen mal schauen. Wir werden das schon rausfinden. Ich muss dazu sagen, ich hab zwar den Prolog schon gezockt. Und hab da so ein bisschen Erfahrung drin gesammelt. Und... Aber man muss auch dazu sagen, dass ich, äh... Da nebenbei sehr viel zu tun hatte mit dem Livestream. Um den irgendwie beim Laufen zu halten, weil alles schief ging. Dass ich manche Dinge einfach... Total übersehen, überlesen oder sonst was hab. Oder einfach nur vergessen hab. Und da hoch komm ich nicht. Jetzt wird der Doppelsprung wieder schön. Oder komm ich von da drüben hin? Yay. Ja, sicher. So, mach mal auf. Mach ich noch ein bisschen was. Subidubi. Und mal noch die Spinner. So. Hätte ich noch hinten reingehen können. Na, super. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Äh, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, so. Dann dieses Uff. Hier, ja, genau. Das sind die Splitter. Genau dafür wollen die Splitter. Jetzt kann ich mich hier hinstellen und kann mir hier eine kleine Drohne machen. Kann mir eine Drohne machen, hab ich gesagt. Ach so. Äh, eine Temporaldrohne, eine Angriffsdrohne, eine Reparatur-Drohne. Krone. Ich würde sagen, wir machen eine Angriffsdrohne. Ja, ja. Tag, mein Freund. So, jetzt haben wir hier die kleine Drohne. Und das ist eben, das ist eigentlich mit Währung beim Spiel. Man kann sich dann eben solche Special-Sachen kaufen. Finde ich auch sehr cool. Das haben wir dann hier. Überschild, das und das. Speed und das. So, okay. Weiter geht's. Äh, nee, halt, stopp. Ja, geht's weiter. Und das wieder auch was. Und hier geht's weiter. Jipp. Wieb, 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 wieb. Hö? Es ist keine Chance, so zu enden. Selbstverständlich nicht. Ja. Warum ist das jetzt explodiert? Ah, da hinten. Das Schwert-Typ ist echt lustig. Auch wenn man da... Eben Nahkampf, ne? Ob man da sehr weit ran muss. Aber es ist doch echt cool. Hoppa. Guten Tag. Warte, die Tanne. Sehr mal nicht so frech hier. Aber erst müssen diese brennend heißen, spionagemäßigen Lasergitter weg. Tüter. Tüter. Hullu, hullu, hullu. Jodowu. Da kommt diese scheiß Tore. Püff, paf, puff. Ich kann mir auch mal vorstellen, dass das beim Zugucken ein bisschen unangenehm ist, wenn man hier mit Nahkampf da rumhantiert. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. She'dididid. She'didididid. Da war ich denn hier noch. Credits. Das muss jetzt natürlich erstmal wieder alles absuchen. Weil... Durch den Kampf haben wir jetzt natürlich einiges... Tüter. Wir haben natürlich einiges übersehen. Durch den Kampf der Kämpfe. was soll er jetzt hier credits punkte wenn es punkte punkte ich möchte noch so cool da sollte man kann man schöne kombus machen mit bereits im besitz ja so weiter geht's ja genau hier müssen wir dann runter das kenne ich noch von der beta das ist das beta level aber es wird halt wie gesagt noch sackig schwer dann gerade die bosse und sowas und hier ist es natürlich wieder so genial aufgebaut wie eine drohne wie zb bei borderlands so stylisch wenn irgendwas kommt wer wird das dann sehen so gibt mir deine splitter ich gibt mir meine so guten tag und müllcontainer ja das sind kleine drecksäcke hier so aufgestiegen ja genau deswegen sind es drecksäcke weil das sind sozusagen kleine selbstmordattentierter containern mein gott was wollt ihr denn wie komme ich denn in euch an alter aber 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 ja ich glaube nahkampf alleine ist ja ganz sicher blitz purport schnelligkeit wenn was stelle beim gegner drei sekunden stelle wieder einstieg halten ja normalerweise die leute die dann jetzt hier nämlich aufheben wie gesagt es ist nicht ohne das spiel das war ja zum beispiel borderlands auch die stellung die haltung das konnte ja nichts werden okay tempel tempel rein jetzt guten tag das problem ist man hat ja auch leben also man oder weil der beta hatte man immer leben gehabt und wenn die leben halt weg sind ich glaube da oben die sechs ist das glaube ich das sind glaube ich die leben die wir haben das macht das spiel darum einiges schwerer ich glaube denn hier eigentlich ich bin so eine drohne oder reparaturdrohne ich glaube wir bleiben bei eingriffsdrohne schon mir deshalb das war Pac